Hallo liebes Publikum, HBK hier und ihr seht eine neue Folge von Let's Play Star Fox 64 bzw. Lylat Wars. Das letzte Mal sind wir vom Neuen gestartet, den Roten Weg zu machen. Und wir haben es geschafft, nach Aquas vorzustoßen und betreten jetzt komplettes Neuland für dieses Let's Play. Star Fox, ich will euch die enemy Bio-Wipen wegnehmen. Ja, Sir, deploys die Blue Marine. Ja, mal sehen wie mein Laptop das mitmacht. Ja, da hört man schon wieder, der Ton ist alles andere als wunderbar. Oh ja, das zerreißt den Ton mal wieder wunderbar. Und wir haben direkt zu Beginn Slowdowns. Was ich nicht schön finde, weil ich echt nicht mehr weiß, woran zu gehen soll. Ja, und hier hat man eben das U-Boot, das Gimmick beim U-Boot ist, dass man unendlich Torpedos verschießen kann. Und diese denn auch immer die Sicht, also, ja, einem die Sicht geben. Und die sind wirklich düsteren Level, das ist wirklich das düsterste Level von allen, muss man sagen. Und ja, es sind eben Lenk-Torpedos. Die Torpedos sind wirklich, gehen wirklich auch dahin immer, wie man da gerade angeführt. Ich möchte euch hier mal was fragen. Er sagt, Jungs, aber ich fand schon immer, das ist irgendwie, durch die Stimme, ist irgendwie mehr ein Mädchenhaft, fand ich. War für mich irgendwie immer ein Mädchen. Ja, und wie es klingt, also ist das hier wohl arg verschmutztes Wasser. Wir müssen die Dicke hier unten futsch machen, weil der uns im Weg ist, und jetzt sind wir hier unten. So, ähm, mach, mach. Hau den futsch, hau den futsch, hau den futsch. Machen, na, geht doch. Jawoll. Wow, guck an das. Es ist wundervoll. Erst über das verschmutzte Wasser labern, und jetzt zu sagen, es ist wundervoll. Wow, guckt euch das verschmutzte Wasser, das ist wundervoll. Ja, ich mag das U-Boot überhaupt nicht. Ich mag auch dieses Level überhaupt nicht. Eins von den Leveln, die ich hier, also eins meiner wirklich absoluten Hasslevels. Ich kann euch wirklich nicht sagen, also, also, das ist jetzt nicht mein absolutes Hasslevel. Es gibt da noch ein anderes, was ich auch sehr, sehr, sehr hasse, muss ich sagen. Weil das immer so, sage ich mal, vage ist, ob man das überhaupt hinbekommt oder nicht. Ey. Überall, genau. Naja, wunderbarer Ton, also. Da kann man echt nicht meckern. Hallo, Leute. Hört doch mal auf jetzt. Kann ich vielleicht mal wieder so'n, so'n Silberring haben? Kann ich ganz gut gebrauchen. Ah, ich dachte, so'n Dicken kann ich das wenigstens. Komm. Also, Leben wird irgendwie übergefertigt, ne? Ah, gut. Ich habe die lange Leiste. Ja, das ist gut. Ja, Leute. Ich habe eine lange Lebensleiste, ne? So, um diesen zweideutigen Witz zu machen, habe ich jetzt, äh, verpasst, wie Peppy Slippy ein Kompliment gemacht hat. Und das kommt nicht häufig vor, dass Slippy Komplimente bekommt. Nein! Ah, die scheiß Seesterne explodieren immer, wenn man sie nicht mit einem Torpedo abschießt. Ah, und das zieht ziemlich viel Energie immer ab. Weil, wenn ihr jetzt mal auf meine Energieleiste guckt, ich bin fast down. Das ist doof. Weil, wenn ich fast down bin, heißt das, dass ich das Level hier wahrscheinlich gar nicht schaffen will. Weil hier kommt jetzt eine Passage, wo ich unter Garantie, das schaffe ich auf keinen Fall mehr. Nicht, dass ich kein Vertrauen in mich selbst hätte, aber ich spreche hier aus Erfahrung. Weil hier jetzt die Passage, die wird nochmal, zieht nochmal ein bisschen an. Nicht nur mit den Meteoriten gerade, aber zum Beispiel der Dicke hier vorne. Okay, gut, der ging jetzt, aber jetzt kommen ganz viele kleine Gegner, die die ganze Zeit auf mich schießen, die die ganze Zeit im Deck sind und so. Und wenn ich den Boss wirklich jetzt mal schaffe, dann, und man hätte mir doch wenigstens einen Ring geben können oder so. Und ich laber und laber und laber in einem Monoton. Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu laut bin, damit ich meine Macht aber nicht wecke oder so. Es sieht mich, ich finde ja, der sieht ein bisschen aus wie, also das Auge, sieht ein bisschen aus wie einer der Kerne aus Portal. Space! Alle Portal-Spieler wissen, was ich meine. Ich bin im Weltraum. Weltraum! Der Space-Core, der ist echt cool. Oh, okay, gut. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Oh, gut, geht auf. So. Also die Strategie bei dem Boss, also hier muss man erst mal hier diese komischen Muskeln da anschließen. damit sie so werden und dann Torpedo da ran schießen wenn einem die komischen Kugeln das lässt aber die beste Strategie bei dem hier ist einfach mal erstmal oben die komischen Vulkane sozusagen zu entfernen damit da diese komischen Schlangen nicht mehr rauskommen damit die einem nicht wehtun können und dann sich erst glücklich auf den Boss konzentrieren und wenn man Glück hat dann bekommt man aus den Bällen eventuell glaube ich auch mal ein bisschen Energie weil ich gucke mal auf meine Leiste meine Leiste, die ist leer also ich bin glaube ich auf dem letzten Health Point oder so so und BAM wunderbar, 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 wunderbar ich kann jetzt aber wirklich mal ein bisschen was an Energie wieder gebrochen ach ich hab den immer war noch nicht bis geschafft ach man, diese doofen Kugeln sind ja so, jetzt ja, 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 ja Energie, 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 Energie wunderbar ja, 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 ja und ja macht er wieder, so jetzt erst mal die Kugeln vermischen so jetzt der Torpedo schießen, genau ich hab hier die perfekte Strategie ich hab hier die perfekte Strategie und nee, das waren die Kugeln wieder am Weg nee da waren die Kugeln gerade ein Stück zu nah wunderbar und wunderbar beim ersten Versuch wieder geschafft wunderbar das war's denn mit dem ersten Planeten auf dem roten Pfad also der ersten Planeten in diesem Video meine ich jetzt auf dem roten Pfad und zwar Aquas das ist eine ganz schöne Anstrengung das Level ich hab's auf Anhieb geschafft was normalerweise nicht gerade sehr häufig ist normalerweise schaffe ich das nie auf dem ersten Versuch bis auf jetzt und auf dem 3DS ich glaub mit dem 3DS hab ich mich ganz gut eingehört muss ich sagen das ist das einzige was Slippy richtig auf die Reihe bekommen hat ihr wisst ja ich bin kein Fan von Slippy weil man Slippy überall retten muss immer yo und damit haben wir 6 extra Leben in diesem Level 131 Abschlüsse und in 3 Planeten schon 388 ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht wenn man bedenkt dass ich in meinem ersten Durchlaufen gerade einmal 600 noch was Abschlüsse hatte soweit ich mich erinnere mal gucken ob wir jetzt auch weiter können oder ob der Emulator wieder sagt nee ist nicht es geht weiter gut dann setze ich hier nochmal ein Save da oben 648 das ist locker drin wir sind jetzt in Zones ja sieht so aus jawohl und in diesem Level kann man das eigentlich gar nicht schaffen nicht unter 200 Abschlüsse zu bekommen das bedeutet mit diesem Level alleine haben wir unseren ersten Anführungszeichen Rekord schon und ja ihr wisst ja je näher wir Andros kommen desto schlimmer wird der Sound da sehen wir mal wie böse Andros wirklich ist der ist halt das böse Gehirn in diesem Spiel ne so und in diesem Level ist das Gimmick wir müssen mal die Lichter ausschalten wenn wir das nicht schaffen haben wir die Mission nicht erfüllt und können den roten Weg nicht weitergehen das ist doof und dann Das war gerade ein kleiner Scherz. Ja ja. Und guck mal wer da ist. Da ist Cat. Ich frage mich nicht wo sie herkommt. Wer sie ist. Ich habe sie vorher noch nie gesehen. Also ich meine natürlich ja. Ich habe ja das Spiel hier schon ein paar mal durch. Aber ich meinte sonst weiß man nicht wo sie herkommt. Sie scheint anscheinend nur Falco zu kennen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wie wäre micro, oh, 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 oh. Sei es der Turm, sei es eben der Planet, wo Slippy nicht dabei sein kann, bzw. wo ja, Slippy. Ja, wir suchen. Ja, ich soll mal aufhören, immer von hinten zu kommen, ey. Gibt's doch nicht. Uiuiuiui. Bleib mal weg, Slippy. Und alle Fünfe? Ja wunderbar! Toll, der Slowdown und dann wieder... Ah, ich hasse diese Slowdowns. Aber anscheinend kriegen wir die nicht mehr raus. Das scheint irgendwie das Standardproblem zu sein, solange ich mit dem Laptop arbeite. Das tut mir wirklich leid heute, aber... Naja, ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen. Ich hoffe, ich kann es irgendwie wenigstens ein bisschen... Kann ich mal ein bisschen mit meinen Kommentaren und sowas alles ein bisschen unterhaltender machen. Die Qualität soll noch ein bisschen erhöhen. Aber an sich seht ihr, sag ich mal, von Bildqualität, danke. Von der Bildqualität und so könnt ihr alles sehen, denke ich mal. Hier werfe ich mal eine Bombe. Der Lichter kaputt zu machen. Ja, ich weiß, deswegen habe ich die Bombe geworfen. Weil der Typ hier oben mich die ganze Zeit stresst. Was ist das? 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 Ich mache hier immer mal eine Bombe. Keine Sorge, ich verschwende die Bombe nicht. Wir kriegen gleich mehr als genug. Von diesem netten Herren hier. Diesen netten Herren hier. So, genau. Treffen wir den Boss von Zones. Und Ausweich. Ganz einfach. Und zwar wirft er immer eine Wassermine und oben schießt er aus den beiden Dingern, bevor ich gerade auf eins ziele, schießt er immer so Kanonenkugeln raus. Wenn man diese Kanonenkugeln kaputt macht, kriegt man eine Bombe. Diese Bombe muss man auf die beiden Schnote da oben zielen. Wenn man die kaputt gemacht hat, zwingt man ihn, kann man ihn dazu bringen sozusagen. Diese, die Teile wo jetzt die Bombe rauskommen und so. Also dann kann man die kaputt machen und zwingt ihn dazu den Kran zu benutzen. Dann muss man den Kran kaputt machen. Und dann wieder die unteren Teile und dann kann man ihn erst richtig besiegen. Vorher geht es nicht. Also wenn das für euch jetzt gerade irgendwie kaputt... Irgendwie fach chinesisch klang oder so. 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 Genau. Und das ist der Kran. Und man kann ihn nur mit Bomben schaden zu fügen. Anders geht es nicht. Und damit habe ich den Kran zerstört. Wunderbar. Beziehungsweise ich glaube dann später, wenn man hier das Ding auch noch kaputt gemacht hat, kann ich mir auch so schaden zu fügen. Doch, doch kann man auch. Gerade jetzt geht der Slowdown weg. Das ist los. So. Jetzt habe ich ihn siegt. Wunderbar. Arrrr. Das ist ein echter Pirat. Arrrr. 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 Die Lieder. Riesige Spaß macht die Seberäuberei. Tut was ihr wollt denn Piraten sind frei. Ihr seid Piraten. Und du ein Pirat. Arrrr. Alle die wissen was gemeint ist. Glückwunsch. Ihr dürft klatschen. Aber die nächste Mission erfüllt. Und damit geht es weiter. Auf dem roten Weg. Und danach kommt mein absolutes Hass Level. Und ist Slowdown. Extrem. Wir bekommen drei extra Leben. Nicht schlecht würde ich sagen. Nicht schlecht. Aber wie es immer so ist, zwei Planeten gemacht. Zwei kommen noch. Und damit würde ich sagen. Das war es für diese Folge von Let's Play Star Fox 64. Beziehungsweise Lylat Wars. Ich bin HBK. Und ich würde nochmal sagen. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.